ja moin willkommen zurück bei echos of the past days königreich der verzweiflung wie dramatisch okay so ich hatte mich hier schon mal platziert weil hier kam eins der kinder hin okay haben wir am sack und das uhrenpendel war das uhrenpendel war hier doch ein häuschen so ja okay und da bekommen wir ein bisschen das sack fahnenstücke okay ja was haben wir hier noch kein ende teilen das publikisch hier ist fehlend okay und hier oben halt eben noch das ding ja wir sind immer noch nicht fertig wir müssen noch mal hierher zurückkommen aber erst mal halt warte mal wo können wir die denn zusammensetzen die rüstung nicht hier nicht hier nein natürlich nicht okay so genau das wäre hier okay überspringen setze die flagge zusammen super okay können wir das so können wir nicht also die beiden gehören so zusammen ist schon mal klar du bist hier vermutlich dort das hier macht mich nervös das steht das ist fest das geht nicht du kommst dahin okay irgendwo offenkundig hier dass das auch fest oh okay warte mal ah super 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 ein anfang yay okay so ne genau hier und da und da und da ja ausgezeichnet das gefällt mir gut das ist prima ne du nicht aber du dahin du weiß ich noch nicht hier du kommst dahin das ist schon cool gemacht ne also ich finde das ziemlich cool so mit dem äh mit dem mit dem das hier das da drüber läuft yay da jo alles klar gut alles klar jo alles klar gut äh die flagge die flagge war was war hier unten achso die dinge okay gut so die flagge kam doch hier an den die stamme des herrn also dieses herrn so dankeschön okay ein zelt ein zelt mit dingen mit einer kaputten armbrust die farbe ist völlig ausgetrunken vielleicht müssen wir sie verbinden da siehst du so farbe okay was ist das hier ach der hebel ach der hebel ja okay ja kenn ich so hier hinter ähm das ist keine gewöhnliche karte aber die dinge kommen da nicht hin okay so das reicht hexe ist alles verschlossen allerdings was ist das ein kettenhemd ein kettenhemd natürlich so hier haben wir nochmal einen schlüssel gut aber kein job oh warte mal ist das der schlüssel zu dieser tun ne das ist nicht aber es ist auch kein schlüssel zu ähm im kinderzimmer nur zu der kiste ne da fehlt noch was anderes hier muss etwas kostbares fehlen seltsam an der stelle liegt normalerweise eine krone und hier ist der ring der eine haben wir alles nicht sehr dabei okay gut ähm kümmern wir uns erstmal hier in den hebel okay was das ist okay 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 der geht hoch dann geht der hoch dann geht der hoch dann geht der hoch ach verdammt das kippet doch hier wird doch nicht achso das ist ja ein entry point hm das war das war das war hier mit okay okay ja halt nein das glaube ich aber nicht so konzentration konzentration ok 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 haben wir ganz langsam nein der geht schneller ei 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 3 2 1 und durch hm kurze pause ok ok warum geht das nicht ach weil das eine brücke ist ok ok verstanden hm also los das habe ich mich jetzt nicht getraut so ah nein jetzt ok so kurze pause also das sind Brücken nämlich klar ah klasse wenn ich die cool loslasse auf der Brücke geht die mal mit wenn wir jetzt rausfinden geht sie nicht 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 ah so ok den haben wir auch schon mal am Start ok gut letzter einstückspunkt du das wird doch ganz furchtbar ok kurz bewegen ist Freiheit schaffen mit der Maus ok los geht's nein 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 hehehe alter gut soweit so gut ok und durch yay geschafft yay ok ok alles klar witzig ok so was haben wir denn hier erstmal müssen wir das Stück sein mit stört keinen wenn wir uns hier bedienen ne hier sind viele Schilde haben solche Moppen ja kann sein sieht nachher ein bisschen aus guten Tag er sieht aus wie ein Schwertkämpfer aber Schwert und Schild und Schild fehlen so er ist Hemd und Kettenhemd ok ok alles klar also Kennenhemd so schonmal gut brauchst du denn auch die Rüstung brauchst du die Rüstung ne brauchst du nicht du brauchst die Rüstung ne mittelalterliche Ritter waren gewöhnlich stark gepanzert und mit Speeren veröffnet so ok du bekommst schon mal das wunderbar hm so mehr haben wir jetzt gerade nicht am Start was ist das denn hier einige der Holzknöpfe fehlen na schön dass sich hier keiner wehrt ne das ist ja der Goblin dass sich hier dass hier keiner sagt ey wer bist ne du das Schild der Schild ist zu stark beschädigt ok weg so ok ähm was können wir jetzt noch machen wir haben eine Bodensehne damit können wir ins Zelt suchen da finden wir mal heraus ähm der Hand ach der Handschellen-Schlüssel ja natürlich warte mal erstmal die Bodensehne hier so du kommst rein ok aber hier fehlt noch die Abzugsvorrichtung und jetzt befreien wir dich erstmal so Schätzchen alles klar so ist viel besser ne ich bin afraid es ist zu früh die Witch muss mich verbraten was nur ein Miracle kann mich jetzt ja das auch immer schon für ok Mond ähm es wird dir schon besser gehen wir kriegen das hin wir sind vielleicht auch nur ein bisschen müde wie kann das sein ok so ähm die Farbe diese Farbe gegen Farbe ne das reicht leider nicht das genügt leider nicht ok gut wir müssen nochmal dort so äh für den genau halt das hier ist zwar ist das neu ne ist nicht neu ne hi ok weg gut ähm wo war's denn hier ne da der Mondschlüssel ja ein Foto da ist hier die böse Hexe und was ist das jetzt schon wieder für Zeug das ist das sieht nach Puppengeschirr Puppengeschirr aus jawoll alles klar gut dann bitte lass uns das hier mal fertig kriegen ist ja fürchterlich ok ähm eine Tasse fehlt sehr wohl hier für Zucker oder für das Wasser für Wasser ok gut alles klar ein Henkel an die Vase ne nicht an die Vase aber hier das Tauchen das will ich gar nicht zurückgeben ach Mensch so ein Osterei sehe ich gerade doch warte mal könnte das hier hinein ja gut na guck die kommt raus mh klar das hier kommt um das Bild der Henk ach hier da guck mal hier kommt der dran sehr wohl Zuckerguss Zuckerguss und ich sehe Zucker aber kein Zucker ach hier guck mal der Hähnchenschenkel da so und hier sind Zuckerwürfel die da hin jawoll Serviette du hast keine Serviette das Croissant Bordchen lecker 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 äh eine Asche einen Milchlöffel ja braucht eine Gabel du hast eine Gabel da ist auch eine du habt eine Gabel hier vielleicht mh 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 lecker aber wo kommt hier der Zuckerguss hin und ok wollen wir das erstmal mit dem Löffel 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 Zuckerguss kannst du Zuckerguss vertragen ne leuchtet es eigentlich auf wenn ich hier an der richtigen Stelle bin offensichtlich nicht ok wo kann da noch Zuckerguss hin kommen tja das ist jetzt ein bisschen ausprobieren ne Zuckerguss keine Ahnung es ist ja nirgendwo ein Beispiel da ne sonst hat man ja gerne mal so ein äh ne Torte die mit Zuckerguss verzehrt äh Kekse die mit Zuckerguss verzehrt das ist die Torte ok juhu dankeschön was weiß ist das das Wasser des Lebens ach wie schön dann guck mal dann können wir doch die Tussi retten das ist doch super ok ok aber wir sind immer noch nicht fertig hier fehlt noch das Bild hier fehlt jetzt nix mehr das ist gut fehlt hier noch was ne hier machen wir auch durch ok alles klar es fehlt nur noch das eine Bild das hier fehlt noch äh ein Schraubendreher no ok so hör mal Mäuschen hier guck mal wir lassen dich da nicht so alleine so na siehste ich fühle besser ne du schraubst mich aber mein husband könnte noch in gefährlich sein du musst ihn finden ich werde ihn nicht schrauben hier ich habe es geschafft zu schrauben ich bin sicher dass du dafür ja ok klasse danke schön so das sind diese diese achso ist mal weg das sind diese glöbelche ja ok gut ja dann weiß ich schon das kommt doch äh warte mal was das kommt hier hin genau direkt mal raus ok so die Bilder auf den Schildern müssen identisch sein bis die Griffe bis alle Schildern das gleiche Symbol zeigen du musst jedenfalls mehrmals drehen was was ok ok das scheint es nicht zu sein ne ok keine Ahnung da scheint es ja auch keine Überschneider zu geben ne das betrifft immer betrifft immer den gleichen den gleichen die gleichen die gleichen menge an weil guck mal hier gibt es zum Beispiel gar keine Übereinstimmung da sind die Lücken wieder ok da Sonne Sonne ist es denn das so ich probier's mal mit der Sonne ja ich probier's mal mit der Sonne Sonne Ok da kommen häufige Übereinstimmfelder ne Sonne so so So, Sonne, okay, ja, okay, alles klar, gut, so, wir werden vorgelassen, vielen Dank. Hallo, na. Aber es ist meine und ich werde es dir nicht geben. Sind Sie noch hier? Sie verbrauchen Ihre Zeit. Ach, das ist doch so. Etwas ist dort hineingerollt. Ja, wenn du dir nicht sicher bist, dann sollten wir vielleicht nicht da drin rumwühlen, meinst du nicht? Außerdem, du kannst doch da drunter... Ne, da drunter geht wohl nicht. Okay, da kommen wir nicht weiter. Was machen wir mit der gelben Farbe? Ich weiß nicht. Okay, wir gehen mal zurück. Das bringt hier erstmal nichts. Genau, wir gehen mal zurück. Hier können wir Knochen. Knochen, Klebstoff herstellen. Okay. Wir gehen erstmal zurück. Und... Und... Geben eben hier das einen nächsten Ring. Oh je, das wird dann allmählich ein bisschen unübersichtlich, ne? Ja... So, welche Geschichte erwartet uns uns hier? Und... Und... Ich gehe nicht woher. Meine Frau hat mich gefordert, hier zu bleiben, egal was. Ich gehe sie an. Ja, wie cool. Das nehmen wir mit. Alles klar? So. Was haben wir hier noch? Ah, da fehlt eine Feder. Genau. Okay. Achso, zurück. Hier unten ist auch noch was. Da ist ein... Wenn ich das fehlen, kann ich die Feder herausziehen. Hm. Hm. Okay, ich glaube, wir haben im Moment auch erstmal genug gesammelt, ne? Ah, wir gehen mal zurück. So. Erstmal hier. So. Da können wir jetzt nämlich diesen Speer vervollständigen. Sehr gut. So. Hier hinten, da ist doch bestimmt die Bürste für gedacht. Ja. Guck mal, wie einfach das geht. Herrlich. Den Schild nehmen wir mit. Ausgezeichnet. So. Und das Wappen... Das Wappen... Das ist nicht für hier. Ah, wo kann das Wappen denn nochmal hin? Ah. Ach, hier wird gewimmelt. Oh, sie ist weg. Ist schon abgehauen. Na gut. Finde alle königlichen Abzeichen. Du wirst noch herausfinden, wo sie gebrauchen kannst. Aha. Fledis. Fledis. Okay. Kohle ist kein königliches Abzeichen. Das hat mit König zu tun. Okay. König... Ach, das sind diese... Ja, ja, ich weiß schon nicht. Die Formen kommen mir sehr bekannt vor. Die waren für dieses eine Rätsel da. Ähm... Okay. Die sind in diesem ganzen Sinzchen nicht so leicht zu erkennen. Wie viele noch? Drei. Mhm. Da. Okay. Noch zwei. Ah. Sie sind auch versteckt. Okay. Noch ein. Ein haben wir noch. Ein, zwei, drei. Äh... Nein. Aber nicht hier hinter. Nein. Auch hier hinter nichts. Na, wo ist denn der Letzte? Komm raus, komm raus. Ich finde dich. Da. Okay. Das war geraten. Das habe ich nicht wirklich gesehen. So. Ja. Genau. Hm. Ich weiß, wo die Dinger hinkommen. So. Also. Äh... Raus hier. Genau. Erstmal den Speer bekommst du, glaube ich, du. Na? Ja. Cool. Juhu. Ein Schlüssel. Fragbeki. So. Der Schild war für den Herrn hier, ne? Ja. Aber wir brauchen doch noch ein Schwert, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. So. Aber das Wappen, das weiß ich jetzt nicht mehr so. Jedenfalls kommen hier diese Teile hin. Ah, yeah. So. Okay. Dann. Wir brauchen nur die richtigen Formen finden, ne? Und wir uns gut. Kann das sein, dass da mehrere Möglichkeiten... ...dran sind? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Da sind mehrere Möglichkeiten drin. Okay. Gut. Wenn das dann so ist, setze die Abzeichnungen entsprechend ihren so hohen Farben in das Schild ein. Die kaputten Abzeichnungen passen nicht genau in die Aussparung. Alle Abzeichnungen müssen eingesetzt werden. Gab's ein Hinweis auf die Farben? Warte. Warte, warte, warte. Ähm. Nee. Gab's? Ach, hier. Ging das Wappen hin. So. Ging das ein... ...ein Hinweis darauf? Ähm. Nee. Welche Farben wohin kommt? Tja. Grün, blau, rot? Kann das sein? Grün, blau, rot? Ist das möglich? Ich... Okay. Ich probiere erstmal die, bei denen klar ist... Ist das hier denn kaputt? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich probiere erstmal raus, äh, aus, ob da eines der Abzeichen irgendwo Jans hineinpasst. So. Nee. Nee. Also, das hier würde dort hineinpassen. Ähm. Okay. Hier gibt's immerhin nur eine Möglichkeit. Dort schon. Damit ist die Geschichte mit grün, blau und rot schon vom Tisch. So. Zwei, zwei, nein. Hier passt es rein. Ja. Hier haben wir nichts. Hier. Okay. Da gibt's schon zwei Möglichkeiten. Dann lasse ich das erstmal beiseite. So. Und wir testen erstmal die, wo es nur eine Möglichkeit gibt. Hier passt das rein. Hier passt das auch rein. Okay. Vergiss es. Lassen wir jetzt mal beiseite. Da passt du rein. Und hier passt du rein. Das wird nix. Drei Pins unten. Okay. Der hier. Der nicht. Der nicht. Und der da. Das wird ganz furchtbar. Okay. Ähm. Du. Kannst hier. Hier nicht. Kann ich. Hier passt du rein. Okay. Der passt nur hier. hier hinein. Gut, okay. Grün. Heißt das dann, kann ich das für wahre Münze nehmen? Das ist tatsächlich, es gibt grün, blau und gelb. Das hier also wirklich in die grünen hineinkommen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann müssen wir hier, demzufolge, hier in die blauen, alle blauen hineinkommen. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Also bleiben wir mit grün hier. Das, das da, das. Nein. So, gelb, musst du demzufolge hier hineinkommen. Da passt auch nur dieses Kleine. So, warte mal, wenn es das tatsächlich ist, dann kann ich ja auch sagen, du kommst da hin und du kommst da hin. Wenn das tatsächlich immer einfarbig ist, ne? Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Verdammt. Okay, könnte sein, dass das hier ein bisschen länger dauert. Ja. Du dann hier. Du dann da. Das passt nicht. Warum nicht? Aber der dritte Punkt fehlt. Warum ist das hier raus? Das hier auch. Was ist denn da? Du kommst da hin. Du kommst da hin. Und du hier. So, dann dürfte blau ja nur nach hierher kommen, ne? Drei unten. Habe ich noch einen mit drei unten? Nein. Gut. Also da hin. Du kommst. Das ist schon verrissen. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Und du da hin. So. Yay. Hat funktioniert. Hat tatsächlich geklappt. Super. Und wir haben die Krone. Eine sehr schmucklose Krone. Aber was soll's. Gut. Der Helm. Möchtest du einen Helm haben? Ja. Möchte er. Cool. Das hier habe ich auch schon gesehen. War das denn groß? War das nicht im Zelt? Da müssen wir ja sowieso hin. Denn hier kommt die Krone hin. Okay. Da kommt die Karte. Jawohl. So. Okay. Was ist das hier? Erobere alle roten Königreiche. Wähle ein grünes Königreich aus. Wähle dann ein rotes Reich aus, um es anzugreifen. Die Zahl der Schilde besteht für die Größe der Armee. Wenn du eine grüne Armee gleich viele oder weniger Schilde aufhast, kannst du als rote König nicht der Grüne machen. Über den Fall kannst du jetzt den Zugrückgängig machen. Das wird doch ganz super. Okay. 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 Also. Dann würde ich hier mal mit fünf beginnen. Lass mir das vier. Hier auch das vierer. Und das vierer. Und das vierer. So. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Hm. Das drei. Okay. Okay. Den macht er ja erst gut. Also. Drei. 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 Das kommt mir ein bisschen zu einfach vor. Kann er sein? Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht so sein sollte. Drei. So. Jetzt nehme ich... Siehste? Ja. Das ist nämlich nicht so einfach. Das vierer. Wenn ich jetzt darüber... Nee. Wenn ich jetzt darüber gehe, dann sind das nämlich nur noch drei. Ja. Nee. Das ist nämlich nicht richtig. Warte. Das auch nicht. Das. Okay. Jetzt kann ich hier rüber gehen. Ja. Das könnte funktionieren. Ach. Ich bin kein hätte ja auch von da oben kommen können. Ja. Okay. Schon gut. Ah. Nein. Das war so falsch. Geld. So. Erstmal hier. Nee. Das ist verkehrt. Das geht nicht. Das ist... Das ist verkehrt. Sorry. Das geht so nicht. So. Ich muss es doch so machen. So. Und dann von dem hier kommen? Geht das auch von dem da? Nee. Das will ich ja nicht. Ich möchte jetzt das da anfangen. Genau. So. Vier. Drei. Drei. Jetzt kann ich da nicht mehr weitermachen. Okay. Dann probiere ich es mal hier. Vier. Drei. Und so. Genau. Und hier... Jetzt ist es doch egal, ne? Nee. Und dem greife ich das hier an. Und dann das und das. Und dann kann ich das hier nehmen und das angehalten. Das vierer das. Und hier vier... Shit. Hier kommt es... Da nehme ich nicht hin. Hier kommt es nicht hin. Das geht nicht. Da komme ich nicht ran. Drei. Ach doch. Es geht. Es wird immer nur einer weniger. Okay. Hat geklappt. Jawohl. So. Was ist das hier? Ah, das ist die Abzugsrichtung für... Für die Armbrüste. Juhu. Muss aber noch festgeschraubt werden, oder? Nee. Geht auch so. Okay. Ja. Ist cool. Ja. Ist gut. So. Dieser Schlüssel. Ist der für die Kiste? Er ist... Na, siehste. Da nehmen wir noch das Schwertli raus. Genau. So. Jetzt können wir die Armbrüste schon mal ablegen. Super. Pfeile haben wir noch nicht. Aber das Schwert. Gehen wir dem freundlichen Herrn hier drüben. Das gehen wir ihm nicht. All das gehört für mich zu dem hier. So. Und? Danke. Eine Perle. Eine Perle. Oh, er hat uns die Pfeile gegeben. Ach, wie cool. So. Eine Perle. Da dran. Einige Perlen fehlen. Da fehlen immer noch Perlen. Hm. Zu schade. Okay. Gut. Dann versuchen wir uns erstmal im Arm auszütteln. Wir haben noch. So. Da. Dann. Und? Muss ich selber? Oh. Ich kann. Okay. Okay. Zack. Hey. Nummer 1 ist abgeschossen. Dann den Mist. Das nochmal. Nummer 2. Zweifel. Yeah. Drei. Juhu. Gewonnen. Ich sag mal so. Gewonnen. Und wir bekommen den Ring dazu. Yay. Gut. Und der Ring kommt auch direkt hier an. Alles klar. Jetzt fehlt uns nur noch etwas Kostbares. Was auch immer das sein könnte. Gut. Aber damit machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Für den Augenblick sag ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020